Und 5.000 Lebenspunkte Ja Steht hier 5.000 und ich hab 6.000 Scheinbar ja nicht Ich hab 6.000, ich hab's doch grad Scheinbar ja nicht Hey Oder muss ich's dazuwerfen? Da ist es ja Ich muss es reinwerfen Achso, wusste ich nicht Aaaaaah Okay, angeblich müssen wir ne Ocelot töten, um ne neue Quest zu kriegen Hä? Das ist Falsche! NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIN Dein Ernst? Sag mal was wir gecraftet haben Vor allem Ich bin weg, ich versuche die Hidden Quests zu kriegen So, was hast du denn gemacht? Hä? Ja, dachte ich mir auch gerade Und ich habe einen Helm reingeschmissen, ich habe das rausbekommen Das Ah, Hilfe Aua Au Das Ding ist ja cool Jetzt auch Aber bringt uns leider nichts Ach, jetzt darf ich den Helm nochmal craften Ähm Ja Aber eigentlich ist es das richtige Ritual gewesen Ja Hast du auch nachgeschaut, oder? Nö Ich gucke immer noch, dass ich in Hidden Quests nicht nach deinem Kram Ganz, ganz Und wenn wir diese Folge splitten müssen Oh, ich wollte ja den Helm machen Ja, ich wollte das eigentlich in einem Stück machen Na klar Weil die letzte Folge wollte ich gerne ein kleines Opening machen Wortwörtlich So, wir müssen einmal eine Flagge von Open Blocks craften Hier steht Die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, liegt bei 6% Mit dem Helm Das Problem ist allerdings Nirgendwo steht, dass ich Äh, okay Na, na, haben wir eine neue Quest? Ja, wir haben eine neue Quest Was heißt bitte? Ähm Craften, ahoi Ich crafte mal kurz ein bisschen, okay? Na klar Ich hab hier 1000 Warte mal kurz Aber mein Orb ist auch weg Der Activation Orb, meinst du, oder was? Nein, den Orb, den ich mit reingeschmissen habe Wieso hast du den mit reingeschmissen? Ich musste ihn mit reinschmeißen, dann hat es echt geklappt Okay Ja, warte Haha, oder so Ja, danke Ich fühle mich auch so geert So 5000 Ah, okay Gut zu wissen Irgendwo sortieren wir noch, äh Dings aus Bögen Äh, Block of Redstone Also Also ich crafte nur jede Menge Scheiß gerade Big Button Und die Wings Big Button Ein Wing Kartografer Ähm Na, wo ist er? Sparschwein und das kleine Haus Das kleine Haus ist hier Sparschwein Oh, ich check gar nichts Mein Name ist Hase, ich checke gar nichts Ja, wegen dem Helm Ja, was ist denn Also ich mach grad die Anweisung Ich hab dir ja auch grad ein Tutorial im Hintergrund angeschaut Die muted Weißt du? Mhm Und er macht's genauso wie wir Genauso Weißt du? Ähm Er, bei ihm ist es Sofort auf Anschlag Funktioniert Was war das jetzt? Okay Ah Bei uns nicht Kann das irgendwie sein, dass du alle Slime-Polz rausgeschmissen hast? Alle, die wir hatten, hab ich dir gegeben, ja Ah, okay Gut zu wissen Warum? Ähm Weil ich keine mehr habe Und ein Paint-Mixer Der Paint-Mixer ist übrigens ganz cool Ich glaub, den zeig ich auch mal Ähm Paint-Can kann ich nicht craften Okay Warum nicht? Wahrscheinlich muss er ein normaler Bucket rein Hm Iron Weil im Endeffekt, du kannst alle Farben, die das normale Spektrum bietet, hier auch jetzt herstellen Aber ich weiß grad nicht mehr War das einfach rot? Lapis Also es tut mir leid, wenn ihr grad bei mir nichts seht, aber ähm Ich bin grad im Hintergrund, aber schauen wir, wir haben es eigentlich richtig gemacht Hingehen, aktivieren, reinschmeißen, fertig Hingehen, aktivieren, reinschmeißen, fertig Gut Aktivieren, hingehen, reinschmeißen, fertig Funktioniert nicht Keine Ahnung Mama, Hilfe Ich glaub, die würde dich eher auslachen, anstatt zu helfen Ich würde eher sagen, was machst du da? Ich versuche, was zu craften Was ist das? Wo ist eigentlich dieses blaue Zeug zum Aktivieren? Da hattest du gerade dieses Komische da, in der Hand Das war kein Aktivieren Aber dieses blaue Zeug haben die auch in der Hand Da haben die fünfmal rechts geklaut gemacht Minecraft, fang dich bitte Wo bist du denn? Ähm Pink heißt das andere Ne, wie heißt das andere noch? Rosa? Ne, wie heißt nochmal das andere? Fast pinke So Pink? Purple Ich will Rechtsklick in dein Inventar machen Warum? Weil ich deine Festplatte reingeschmissen hab Hä? Die ich versinnlich rausgenommen Das andere müsste Zyjon sein Aber wir haben natürlich keinen Grün mehr Warum haben wir keinen? Haben wir noch Kakteen? Ne, natürlich nicht Kannst du mir einen Gefallen tun Reißen wir ihn mal wieder ab Nimm den Axt raus oder so Und reiß ihn mal wieder ab Nur ne Axt geht schneller Keine Spritze, okay? Ich hab keine Axt Anstatt eine zu bauen Nein Danke Das hat zu reichen Damit ich's mal kurz zeigen kann Hinter dir Gib mir das blaue Zeug Wo du Rechtsklick gemacht hast Das ist auch sehr viel Hier diese Knarre in der Hand Im Miesystem Wie heißt das? Irgendwas mit Ritual Da So Dann Inx-Hex noch Aber was ist jetzt das andere Beide? Das müsste eigentlich Zyjon sein Hoffe ich mal Ja So Und was sieht denn noch Ziemlich pink aus? Magenta Stimmt So Jetzt ist das Ding voll Brauche ich dafür Wasser? Hey Jetzt heißt das Ding Ritual Auf Taya Jump Ja Du hast das Shift Rechtsklick Gemacht Shift Rechtsklick Mit dem Ding Kannst du Ich hab's gesehen Okay So Aber wie mach ich denn jetzt Ne Paint Can Höhe Ja Okay Dann wird das wohl doch nichts Ich hab jetzt keine Lust weiter zu suchen Rezept Ähm Ach Das war's schon Open Mods Und Ein Schmetterling Ist das nicht schön Weg mit dem Scheiß So Haben wir noch irgendwas freigeschaltet? Nein Natürlich nicht Aber Naja Ja Und Bei dem anderen Ritual Für den Dämon Was brauchst du da noch? Ich hab mir das Rezept Gar nicht angeschaut Ja Manchmal will ich dich einfach nur töten Ja das dachte ich mir auch Aber Wie heißt das Teil was du brauchst? Ach das was ich brauche ist denn Diamant Bloodchart So Äh Arcane Pedestrals brauchst du Ja Ach die Dinger Äh Weak Bloodcharts Hatten wir doch noch über oder? Oder hab ich die jetzt alle verbraucht? Die hast du alle verbraucht? Das liest du Nein hab ich nicht Hast du noch welche da? Vier Stück sind noch da Noch? Wir brauchen Äh Im Bullet Slate Hast du da noch welche von? Was ist das? Slates in die Ruhm Nein natürlich nicht Äh Die Reinforced müssen noch einmal rein Äh Habe ich das Schwert? Ja ich hab das Schwert Ja dann Ja hier geht's schneller Wir haben die Menge Ja Äh jetzt Ah ja stimmt Hier geht das ja zu schnell Wie viele von den Dingern brauchen wir? Zweimal müssen wir die fertig machen Einmal reinschmeißen Ich hab keine Ahnung wie die fertig aussieht Eventuell könnten wir auch einfach ein paar von den Speedrunen hier abreißen Machst du nicht, ist schon fertig Sicher? Nein Ich würde sagen, weil das dauert normalerweise recht lange Fertig Warte ich würde eben hier kreißen Was schon? Ich bin schon fertig Ja wir brauchen davon mehrere Ups So Schmeiß bitte hin Danke Die da hin? Die da passt du wirklich? Äh Ja Und fertig Und jetzt sag noch mal, das lohnt sich nicht Ich lohne dich nicht Wir haben keine Kannst du bitte mehr Flieche reintun? Fertig Und noch ein letztes Mal Hühnchen schreddern ist legal Also machen wir es auch So Ähm Das weg, das weg, fertig Ich weiß sowieso nicht, warum Äh Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon aufgenommen? Äh, wir sind jetzt bei 34 Minuten Ach, dann nehmen wir am Stück eben auf Naja, aber ich muss dann kurz Wir müssen kurz unterbrechen Damit ich kurz das Tutorial da anschaue Was die da machen Ich Wir gucken gleich, okay? Okay Weil wir haben es ja im Prinzip eigentlich richtig gemacht So, wie viel brauche ich denn jetzt davon? Ähm Ja, es ist unownet Zwei, vier, sechs Sechs Stück Und was kommt in der Mitte rein? Äh Äh Arkane Irgendwas Arkane Das Ding Ah, okay Brauchen wir einen mehr von denen So Dann brauchen wir jetzt Äh Nehmen wir mal Den Erddämon Das sieht so ziemlich Am harmlosesten aus Okay Obsidien, Sand, Dirt Dirt Sand Obsidien Obsidien Und Simple Cattalyst Ernsthaft Was auch immer das ist Glowstone Äh Gunpowder Redstone Gunpowder Redstone Redstone Boah Und Sugar Haben wir zu viel Zucker? Ja Einmal Sugar Geno So, komm mal her hier mit deinem Orb Reinpacken Musst du dich machen? Ja Wenn du rausgehst, ja Ist das wirklich egal, wie man die reinpackt? Meistens, ja Ich hoffe, dass sie stackbar sind Also, wir brauchen Sechs Stück Warum ist er in den Kopf von dir? Aber 34 Minuten schon? 37 Minuten schon Das heißt, wir haben zwei Folgen, jetzt schon Ja Denn noch mindestens eine dritte Dann würde ich sagen, teilen wir das auf drei Tage auf Und Sonntag Wie viele brauchst du? Äh, sechs Kann sein, dass du kein Blut mehr hast in dem Orb Gib her, ich bin gebunden Ja, und ich kann trotzdem Blut reinpacken Pack mal wieder rein Aber Aber ich bin der Owner Die Owner ist richtig, ja Sag dich doch, kein Blut mehr Ja, jetzt ziehst du raus am besten, wenn du sechs Stück hast Hab ich Oh, jetzt musst du noch was craften? Ja Okay Das sind jetzt die Erdelemente Wie viele brauchen wir davon? Auch sechs halt Ähm Ich pack das hier hinten einfach mal hin So Ich hoffe, dass der uns nicht runterfällt oder stirbt Also Ähm Da ist das Bild Das ist ja easy Äh Ein Abstand Ein Abstand Ein Abstand Die nicht Die kommen so und so Fertig Ja, dann komm, ja So Äh Und wie soll ich den killen? Ganz normal Äh Und in einem Ja Hier überall reinpacken Auf jedem Podest Einmal das Element Oh Bleib nicht hängen Ich hoffe, dass Der jetzt nicht wegfliegt Oh, oh Was? Very low, very low Dein Ernst? Oh Okay, zum Kämpfen sollten wir das eventuell machen Ach ja, der kann fliegen Also wir müssen aufpassen Der kann fliegen, ja Ja, wir müssen aufpassen, dass wir den nicht über den Boden Äh, äh, das Wir müssen so machen, dass wir ihn über den Boden Äh, töten Ich will SWAT eingeben, wo ist mein Schwert? Äh, vorne Ja, ich muss auch eben aufladen schnell Und dann sind wir theoretisch fertig Naja, außerhalb noch das Ritual Dieses Helm da Ja Dieses Helm da Vollkratzkorrekt Helm Ach, da muss ich dann auch gleich nochmal gucken Na, ich kann den gerne Warte mal kurz Du brauchst mich keinen Link schicken Ich sehe ihn eh nicht Ich gucke auf dem Handy Achso, okay So Äh, 66% muss reichen Nein, nehmt nicht Na los, komm Ich hab jetzt keinen Bock Könntest du dich jetzt noch die letzten Folgen in die Länge zu ziehen Aber warum nicht? Hast du jetzt eigentlich sechs Elemente oder nicht? Ich hab noch eins in der Hand Okay Dann pack rauf Mama, komm Und jetzt in der Mitte dein Blatt drauf Ähm Äh Blablabla Die müssen es sein Masterblood Orb brauchst du in der Mitte Den Master Ja, das ist der, der kaputt gegangen ist Ähm Dein Ernst? Ja Wie macht man den denn? Äh, den machst du mit Wow Weak Bloodshot Das Ding, das liegt im MME-System drin noch Äh, nein Mindestens noch einer Nein Da liegen noch zwei drinne sogar Komm her, hier Muss halt nur wieder aufladen Im Ernst Hier, kannst du mal? Ich hab kein Leben mehr Ja Ich hab den auf 10.000 hochgehalten Kann ich mein Leben nicht zurückholen Da ist alles kaputt gegangen Da ist noch eins kaputt gegangen Ich glaube Dir ist bei dem Ritual hier hinten nichts aufgefallen, oder? Eventuell hätten wir das hier drinnen machen sollen Eventuell hätten wir warten müssen, bis ich mich regeneriere Ach lol, ist das süß Das Ding, das macht kaum Schaden Oh, bei mir schon Oh, shit, shit, shit Du bist ins nichts gefallen, oder? Richtig Ah, okay Was hast du eigentlich alles für'n Scheiß dabei? Sammels ein Bin ich grad bei Ist der Ton? Ja Aber er hat das Ding scheinbar nicht getroppt Gut, wollen wir doch eben kurz eine Aufnahmepause machen? Ja, machen wir eben Also, ich würd sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Ciao, ciao